Die Rüstung der Viper kann leider nicht von Emon getragen werden. Jetzt gucken wir mal kurz. Das würde das Ganze auf 11 setzen. Das nur auf 7. Ja, das würde Zauber deaktivieren. Das ist nicht so gut. Gewicht, 45. Was macht das Ding eigentlich, außer dass es eine Rüstungsklasse von mir aus 2 hat? Dir würde das zugutekommen. Dir würde das 1 Punkt geben, dir 2 Punkte. Das ist... Oh, das ist der Punktharnisch, der Vierkampf. Okay, den solltest du anbehalten. Hm. Das ist halt die Schumpen des Drachen, die Emon leider auch nicht tragen kann. Ne, die aktivieren nämlich auch Zauber. Was irgendwie blöd ist. Hm, hm, hm. 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 Na komm, die Drachen-Schuppen-Rüstung können wir ja hier drin aufbewahren. Äh. Das ist ein Bastardschwert. Moment mal, du bist ein Bastardschwert plus 2. Das könnte eigentlich theoretisch verkauft werden. Da ist der Strabstreitkollm und der Schutzumagen, die ich noch suche. So. Den kriegst du mal, dann bist du schon mal gut dabei. So, machen wir das lieber so. Dass Emon auch mal ein Minus hat, weil sie hat ja schon hier ein Minus von 5 durch das Schild unter anderem und die... Amulette. So, und damit ist der Behälter auch schon mal wieder voll. Und wir haben viel zu viel Zeug, dass wir mit uns rumschleppen. Yay. Okay. So, bei... Kero sieht alles gut aus. Bei Minsk sieht auch alles gut aus. Ich sehe gerade, Minsk hat keine Handschuhe an. Dann nimmt er mal die, die Hass beschwören. Na ja, ansonsten hätte ich ja glaube ich nur noch die... Taschendiefstahl-Handschuhe. Ne, mir nicht ganz so viel bringen. So. Also bei dir ist alles wieder im Lot. Du bist voll ausgerüstet mit allem. Bei dir ist auch nirgendwo mehr Adamantium-Staub. Minsk ist auch alles gut. Kedron auch. Emon hat eine Waffe und alles. Und... Eri ebenso gut. Dieses Bauwerk der Häfen startet ja ein typischer Anmut aus. Obwohl es nur das Feldlager von Inland darstellt, während er mit seiner Armee auf dem Kriegszug gegen die Drow ist. Hat er noch was zu sagen? Ja, weil wir hier sind. Meine Waisen erkennen keine Art der Fakt. Ihr habt die Latour noch nicht an euch bringen können. Denkt daran, ich habe euch empfohlen, bei denen Hilfe zu suchen, denen ihr auf euren Reisen begegnet seid, wenn ihr Hilfe braucht. Ja, gucken wir uns mal das Tagebuch an. Genau, die Verfolgung von Bodi und die Renikus, das ist immer noch hier drin. Und hier. Ja, abgeschlossen haben wir. Ich konnte so fair als auch Mutter Oberin, Artur des Täuschen. Beide haben dem Dämon die fälschten Eier des Silbertrotten angeboten. Und der Dämon ist endlich verschwollen und hat sich über die ganze Sache künstlich amusiert. Nach den Worten des Teufelschins soll die Sperre über die Stadt aufgehoben werden. Allerdings habe ich für meine Flucht nur wenige Minuten Zeit, bevor meine Verkleidung nichts mehr nützt. Ich habe Adon ins Eier zurückgebracht und sie hat mich nicht nur mit einem magischen Gegenstand belohnt, sondern auch zur Oberfläche gebracht. Sie dachte, dass sie nicht vorhat, ihre Pflichten wieder aufzunehmen und einen nicht vorhandenen Frieden zu bewachen. Und dass sie nach selektiver Rache an den Drow wohl für immer von hier verschwinden wird. Ich glaube, dass wir uns nicht noch einmal wiedersehen. Mhm. Ganz offensichtlich hätte ich vorsichtiger sein sollen. Ja, wie auch immer. Dieses mächtigen Gegenstandes harmonisiert mit der Magie des Elfenreichs. Elan ist der Ansicht, dass ein mächtiges Wesen, das Irene Kostin, die Laterne aus dem entfalten Elfentempel gestohlen hat. Und ich habe auch schon einen starken Verdacht, wer das gewesen sein könnte. Die Elfen können mich nicht unterstützen, wenn ich die Verfolgung aufnehme. Ich bin mir jedoch ziemlich sicher zu wissen, wo sie sich herumtreibt. So zu sagen, die alten Jagdgründen. Elan hatte mir erklärt, dass er nur eine noch größere Katastrophe provozieren würde, wenn er mich mit der Elfenarmee begleiten würde. Die Menschen würde zweifellos ziemlich paranoid reagieren. Er hat mir vorgeschlagen, bei jedem Gruppen im Gebiet der Menschen Unterstützung zu suchen, die ich bereits gut kenne. Ja, das sind in meinem Fall die Schattendiebe. Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? Und die... Der Ordne des strahlenden Herzens. Wisst ihr, ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Ja, hier gucken wir erst mal das Gebiet. Wo ist schon Hamsterwüge? Der Geist ist willig, mein Freund. Aber dieser alte, zerschundene Körper verlangt nach einer Pause. Ja, Eingang ins Unterreich. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Ja, kommt alles noch hier, Ira. Das ist das Zelt der Elfenkrieger. Dem Zelt sitzen Elfen mit grimmigen Gesichtern. Das Wissen von widerwärtiger Blasphemie, der Drow, treibt diese Krieger an, ihren Tempel um jeden Preis zu verteidigen. Ja, hier sind Elfenkrieger und der General. Mit dem will ich aber jetzt nicht nochmal sprechen. Also ja, wir haben noch die drei Dinger zum Abklappern. Das werde ich aber erst machen, sobald ich in der Stadt war und erstens mein Inventar geleert habe, zweitens gerastet habe. Und drittens ziemlich viel beim Schmied erledigt habe. Ja gut, dass die Drow zur Zeit nicht mehr angreifen werden, ist ziemlich klar. Weil wir haben ihre Ordnungshierarchie da unten ziemlich über den Haufen geworfen. Also gut, dann geht's jetzt erstmal zur Waukenpromenade. Zwölf Stunden. Feinde haben euch aufgelauert. Verteidigt euch. Seid ihr sicher, dass ihr noch wisst, wann wir abbiegen müssen? Das sind keine Feinde. Das ist Trissit. Ja. Verdammt Junge, ich mag ja alt sein, aber mein Verstand hat mich noch nicht gelassen. Und wir müssen noch nicht mal danach suchen, wenn Wulfgeist mir nicht aus der Hand geschlagen hätte. So etwas habe ich nicht getan, Zwerg. Aber ihr habt's getan, Junge. Ihr habt nicht geschaut, wohin ihr während des Kampfes gerannt seid. Und ich war von den Trollen zu sehr abgelenkt, um hinterher zu laufen. Und hinterher habe ich sogar vergessen, dass ihr es getan habt. Nun, natürlich werden wir euch helfen, ihn zu finden. Aber Drissit hat sich nur gefragt. Er fragt sich, ob ich meine fünf Sinnen noch beisammen habe. Und ich sage euch, dass wir meinen Hammer bald finden werden. Ihr lasst mir nicht zu, dass er von Kobolden gestohlen wird. Bruno Battlehammer, der König der Zwerge von Mithrilhalle. Sehr anmutig. Ähm, wie ihr auch seid, Bruno, Drissit, wir haben Gesellschaft. Vielleicht habt ihr ja euren hübschen kleinen Hammer gefunden, Bruno. Was ist das? Drissit, du Urden, das ist ein Held. Thalisa, ein berühmter Waldläufer von den Zehn Städten. Obwohl er ein Drau ist, für eine, was für eine angenehme Überraschung. Wir sind ihm schon mal begegnet. Im ersten Teil haben wir ihm mit einem paar Gnollen geholfen. Oh, noch ein Drau. Ich fange an, sie überall zu sehen, seit Betreten des Unterreichs. Sie sind so bösartig, dass selbst Boa schaudert. Was werden wir tun, Thalisa? Noch eine Bemerkung über einen Hammerdonner-Bauch. Und ihr werdet ihr erstes in den, den er zum Matsch, wenn ich ihn zurückhabe. Die ignorieren uns total. Immer mit der Ruhe, meine Freunde. Es gibt keinen Grund, dass wir hier aneinander geraten. Ja, ihr da reißende. Ich bin Drissit, du Urden, aus den Zehn Städten. Freund oder Feind? Feind, greift zu euren Schwerten und verteidigt euch nahen. Ich habe jetzt noch keinen Grund, gegen euch zu kämpfen, Thal. Ich bin euch freundlich gesonnen, Drissit. Wir haben euch gehört. Sehr schön. Sagt mal, habt ihr unterwegs in der Nähe einen rosafarbenen Kriegshammer gesehen? Rosa? Verdammt. Drissit, mein Hammer ist nicht rosa. Nun, Brüder, ihr müsst doch zugeben, dass er seitdem Sirini damals verzaubert hat, schon ein wenig rosa wirkt. Er ist rot. Rot, sag ich. Sagt doch einmal, dass er rosa ist, Halbling. Und ihr fahrt mit einer einfachen Fahrkarte in den Abyss. Ich bin da gefäßt und es war nichts Besonderes. Äh, dann eben rot. Habt ihr so etwas gesehen? Äh, nein, habe ich nicht. Bei Moradims Atem, er muss hier unten vor sein. Dann werden wir noch eine Weile nach suchen, Brüder. Habt keine Angst. Früher als in zwei Wochen erwartet man uns sowieso nicht in die Zehnstädte zurück. Sagt mal, sind wir uns nicht schon mal begegnet? Eure Gesicht kommt mir bekannt vor. Aber ich kann keinen Ort oder Zeit damit Verbindung bringen. Sollte ich euch kennen? Das letzte Mal, als wir uns trafen, tötete ich euch in der Nähe von Baydors Tor. Und es ist eine Schande, dass ihr nicht eben tot geblieben seid. Es ist an der Zeit, das zu korrigieren. Eigentlich habe ich euch das letzte Mal, als wir uns begegneten in der Nähe von Baydors Tor angegriffen. Nein, ich glaube nicht. Wir sind uns nur kurz begegnet. Ich helfe euch ein paar Gnolle in der Nähe von Baydors Tor zu besiegen. Das wart ihr? Schön, dass ich euch wieder sehe. Es ist ein gutes Gefühl zu sehen, dass andere anstehende Leute auf diesen Straßen reisen. Besonders angesichts der Gerüchte und Gefahren, die überall lauern sollen. Wenn ihr Hilfe braucht, stehe ich euch gern zur Verfügung. Wenn nicht, wünsche ich euch alles gut. Und wir werden uns wieder auf den Weg in den hohen Norden machen. Ich brauche zur Zeit nichts. Lebt wohl. Ich habe euch einen Vorschlag zu machen, Dressit. Wenn ihr wohl einen Moment warten möchtet. Bleib stehen, du haus. Vielleicht kommt ihr mir nicht davon. Ich habe mir entschieden, dass es für euch an der Zeit ist zu sterben. Nein. Nehmen wir die zwei. Ein Vorschlag. Na gut. Ich habe nichts dagegen mehr anzuhören, was ihr zu sagen habt. Wenn ihr euch helfen kann, werde ich das tun. Ja, ich bin Thadise und ich will gegen einen Vampir nach Kattler kämpfen, der zu stark ist, als dass mir mal allein gegenüber treten könnte. Würde dir vielleicht helfen? Ach, vergesse es einfach, dass ich etwas gesagt habe. Nehmen wir die eins. Ich habe das Gerücht über die Kreatur gehört, aber mir ist ebenso zu Ohren gekommen, dass sie und ihre Koroten vernichtet wurden. Behauptet ihr, dass das nicht stimmt, dass sie immer noch lebt? Ich vernichtete ihre Gilde, aber sie entkamen. Jetzt ist sie zurückgekehrt und zwar noch stärker als zuvor. In der Vergangenheit habe ich bereits Erfahrungen mit solchen Kreaturen gemacht und mir ist ihre Macht wohl bekannt. Wenn das, was ihr sagt, stimmt, dürfen wir nicht zulassen, dass sie weiter existiert. Ich werde euch eure Kampfe unterstützen, Thadise. Es gibt ja auch Dinge, die zuvor erledigt werden müssen. Wo lebt diese Kreaturen, Alt-Kattler, entgegen grüften unter den Friedhofsvierteln? Ich glaube, ich kenne die Gegend, von der ihr sprecht. Na gut, wir werden uns dort mit euch treffen, wenn ihr bereit seid, euch unter die Oberfläche zu wagen. Bis dahin, Thadise. An der einen Seite mit Drittsit kämpfen. Großartig. Es werden die Kräfte des Rechten wahrlich über das Böse obsiegen. Ich finde es irgendwie cool, dass Keldorn einem Dunkelelfen so offen gegenüber ist. Weil Drittsit ist aus den Büchern, die ich gelesen habe. Da gibt es, glaube ich, 15 Bände insgesamt. Und ja, in den meisten sind die Leute, Dunkelelfen, halt immer noch skeptisch. Wir haben ja in den letzten paar Aufnahmensessions gelernt, warum. So, Wagenpromenade. Und ja. Und dann geht es. Vielen Dank.